Ein recht herzliches Willkommen zurück zu Just Cause 3. Jetzt, wo wir auch eigentlich diese Basis hier eingenommen haben, fühle ich mich richtig wohl. Hätte ich gewusst, dass das so eine Storyquest gehört. Ne? Gute Neuigkeiten für alle Hobbyarchäologen. Der Kontrollturm von Chima Leon ist jetzt eine Touristenattraktion mit historischen Medici-Ruinen. Nicht viele Länder geben so viel Geld für die Verbesserung ihrer Infrastruktur aus. Ihr habt wirklich Glück, dass ihr hier leben dürft. Viva Medici! Ja, Viva Medici, von wegen. Ich glaub's nicht. Warum sagt ihr nicht, dass die Rebellen gewonnen haben? Ach, alles gehört uns. Und diese Aussicht ist einfach fantastisch. Obwohl ich ja schon ein bisschen doof finde, dass die ganzen Treibstofftanks uns ja alles zerstören muss, wenn man es den Rebellen auch überlassen könnte. Die ganzen Technik. Aber, was soll man machen? Kann ich eigentlich auch irgendwie in die Ergo-Perspektive wechseln? Oh, das wird ein sehr langer Flug werden. Aber ich wollte euch mit auf diese Reise nehmen. Und das ist eine kleine Insel, ey. Eine gesprengelte Insel. Das wird ja auch sehr lustig. Ich fliege mal ein bisschen tiefer. Ich bin viel zu hoch. Ich fliege mal ein bisschen tiefer. Ich bin viel zu hoch. Und wenn wir diese Insel befreit haben, gehen wir auf die ganz große Insel. Darauf freue ich mich schon. Hm. Ich dachte, ich könnte es zerstören. Warte mal, diese Basis ist noch nicht eingenommen. Aber hier steht doch... Achso, das ist die Petra-Basis. Ja, okay. Ja, wenn ich schon mal auf dem Weg bin, kann ich das gleich auch noch machen. Und hier kommt sie wieder einmal, unser Rico. Zerstör dich, los! Zerstör dich, los! Verstärkung ist unterwegs! Wow! 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 Verstanden! Verstärkung ist unterwegs! Wow! Was soll das? Was ist das? Warte, schnell hacken, damit das Ding uns gehört. Wow, was ist das Weiner? Was ist das? Oh, das will ich haben. Oh, macht Spaß. Geil. Aber zu schwer für mich, ich bin die ganze Zeit unterwegs. Geil. Seht nach einem Betrieb. Geil. 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 Elikopter am Anflug, ich wiederhole, Elikopter am Anflug. Boah. Na komm, Rico, schwimm hoch. Schwimm, Alter. Das Ziel ist immer noch da draußen. Findet ihn. Boah. Mach mal das bei ihm. Ja, fang. Wir schicken ein Elikopter ins Zielgebiet. Jawohl. Wir wurden permanent vom Netz getrennt. Wir zentral, wir schicken Bodentruppen zu eurer Position. Rico, wir schicken Bodentruppen der Rebellen. Sorge dafür, dass der Weg frei ist. Wir schicken uns dazu. Wir schicken uns auf die Talente. Wir schicken uns auf die Talente. Man wird schicken uns auf der anderen Seite ist. Schicken uns auf. Wir schicken uns auf die Talente. No, es gibt es zuhause. Verdammt Ey, vier Helikopter gegen ein Mann Das ist ein Wahnsinn So ein Mann lasst uns schaffen Entschuldigung 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 Feindaktivität, alle Einheiten hierher Die Zentrale, Anfrage erhalten. Verstärkung ist unterwegs. Ich muss noch mal gucken. Ja, komm jetzt. Hallo, was soll der Scheiß? Mann. Ich kann mich da gerade ein bisschen drüber aufregen. So, das gehört zu uns. So, wer will noch was? Er hat noch nicht. So, wo ist denn hier was? Ah, da muss ich noch zu schauen. Dann mach ich das jetzt mal. Hier in der Höhle, oder? Nehme ich mal stark an. Kann vermutlich sein, muss aber nicht. Oh, vorsichtig. Dann vermutlich da oben. Ab nach oben. Wo muss ich denn? Also, da ist der Generator. Oh nein, der Helikopter brennt. Oh Gott, dann gäbe es hier Treppenhäuser. Das ist mal zur Abwechslung was Gutes. Was war das denn für einen? Ziel außer Sicht. Was fragt das denn? Wo ist die Zielperson? Oh. Irgendwo muss doch so ein Schaltding sein. Da oben. Oh. Ah, da. Zeit zu verschwinden. Jawohl. Das war witzig. Wo machen wir weiter? He he. Das können wir sehen. Wie ist die Lage? Haben wir ihn verloren? Bitte kommen. Ja, fast viel anderes verloren. Einen wichtigen Stützpunkt. Jawohl. Das gehört jetzt zu uns. Petra. Petra. Was für ein Name für ein Ort. Das ist ein echt komischer Name für ein Ort. Äh, Wegpunkt setzen. Und das Kapitol meldet sich wieder mal. Hallo. Punkt der Sud ist den Weg allen Fleisches gegangen. Der geschätzte General will dort einen erstklassigen Wasserpark bauen. Und ihr werdet ihn lieben. Was? Die Sprengtrupps sind unermüdlich. Schlafen wir auch mal? Ich schlafe jedenfalls nicht mehr. Wie war Medici? Oh. Reden Sie umgehend mit uns. Informationen sind zur Zeit genauso wichtig wie Munition. Oh. Oh. Oh, eine Stafelsperre. Egal. Hallo. Hallo. Ich will sowas von mir sein. Wer will... Attackieren Sie, Versuch. Alle Einheiten hierher. Wo kommen die hin? Von der Seite her. Zusätzliche Bodentruppen sind schon unterwegs zu euch. Verstanden. Wir schicken zusätzliche Einheiten zu eurer Position. Ja, aber noch eine geile Basis offenbar. Hä? Kein Problem. Verstärkung ist unterwegs. Durchhalten, Bodenteam. Ach. Bitte kommen alle verfügbaren Einheiten. Melden Sie sich. Bitte kommen. Es wird sich nicht gemeldet. Was ist das für eine Basis? Marketen-Silo? Aber diese Basis kann ich offenbar nicht einnehmen. Ja, bin ich extra umsonst hier gegangen. Dann ist mein nächstes Ziel dorthin. Oder hierhin. Ich weiß es noch nicht. Dann sehen wir in der nächsten Folge. Bleibt mir gewogen. Und bis morgen. Ciao.